Der LaSportiva Trango Tech. Flexibler Hochturnschuh und damit ein perfekter Allrounder oder völlig falsch verstandener Trackingstiefel? Das klären wir heute im Test des Trango Tech Leather. Wie immer im Test zuerst zu den harten Fakten. Wobei bei diesem Kategorie C Schuh müsste man eigentlich von den weichen Fakten sprechen. Naja, denn wir haben es hier lediglich mit 4 mm PPE zu tun, wobei man natürlich die Glasfaserverstärkung und die PU-Zwischensohle nicht vergessen darf. Alles in allem aber extra dünn gefertigt und da wir generell von sehr weichem Material sprechen, eben komplett flexibel. Hinten haben wir trotzdem genug Stabilität drin, dass sich der Kipphebel bezahlt macht und standardmäßige Kipphebelbindungen bei Steigeisen gut draufpassen. Beim Gewicht würde ich sagen, liefert LaSportiva keinen Ultra Light Schuh, zumindest nicht in der Kategorie der weichen C-Stiefel. Aber mit 1280 Gramm muss er sich nicht unbedingt verstecken und kann trotz Leder immer noch als sehr, sehr leichter Schuh gehen und verkauft werden. Apropos Leder, den Trango Tech gibt es einmal in der Lederversion und einmal in der Synthetikversion. Das hat die bekannten Vor- und Nachteile und selbstverständlich sind beide Versionen, wir sprechen hier ja immerhin von einem Hochturnschuh, mit einer Gore-Tex-Membran versehen. Was die Einsatzmöglichkeiten betrifft, habe ich natürlich wie immer keine Ahnung. Das muss sich jemand ansehen, der von Schuhen zehnmal mehr Ahnung hat als ich. Deshalb schade ich jetzt zum einzigen Qualitätsbeweis bei ganz Bergsport YouTube, nämlich zu Sebastian zum Techniktisch. So, es ist wirklich schön, mal wieder hier am Techniktisch zu sitzen und mal wieder etwas, das wollte ich schon sagen, Fleisch vor mir zu haben, aber Fleisch ist das eigentlich gar nicht, Fisch ist es auch nicht. Es ist ein Schuh und zwar der Trango Tech Leather, wie wir das gerade eingangs schon besprochen haben. Und ich würde sagen, wir machen es ganz nach alter Tradition. Wir fangen vorne an, arbeiten uns nach hinten, Schaft rauf, schauen uns dabei noch ein bisschen die Schnürung an und beschäftigen uns vor allen Dingen mit einem super speziellen Feature. Ja, das vielleicht das sinnloseste Feature dieses ganzen Schuhes. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Also, wie schaut es aus um den Trango Tech Leather? Vorne ist er tatsächlich super weich und flexibel aufgebaut. Das sieht man dann gleich mal hier, wenn ich den hier so in die Hand nehme und versuche zu biegen. Da geht schon verdammt viel für einen Kategorie C Schuh. Wenn wir das beispielsweise mal mit einem Trango Tower vergleichen wollen, da geht ja, obwohl nur Kategorie C eigentlich gar nichts. Aber man merkt, 4 mm PPE, das ist nicht so richtig viel. Hinten die Glasfaserverstärkung, die macht sich aber bemerkbar, denn wir haben hinten tatsächlich gar keine Flexibilität drin, gar keine Biegung. Und das sieht man auch, wenn man Steigeisen anlegt. Die halten ohne Ende. Die sind richtig, richtig robust dran. Und das, obwohl da vorne so weich ist. Insofern könnte man sagen, perfekter Allrounder. Aber bezüglich der Sohle muss man auch gleich mal etwas bemängeln, unter Anführungszeichen. Die hat vorne so wenig Stabilität, dass ich sagen muss, mit richtig hartem Gelände, mit Steigeisen dran, könnte es ein bisschen schwierig werden. Wenn man beispielsweise in der Mixt, im Mixt gemischten Gelände unterwegs ist, dann könnte es vielleicht sein, dass die Steigeisen zu viel Spiel vorne haben. Und dadurch hat man natürlich mit den Frontalsacken nicht mehr so viel Gefühl, wie wenn die ordentlich dran kleben. Klar, ist kein Kategorie D-Schuh, aber könnte eben noch ein bisschen steifer sein. Das bedeutet, Steigeiseneinsatz, ja, auf jeden Fall. Das kann er. Hinten ist er auf jeden Fall robust genug. Aber man sollte vielleicht vorsichtig sein und damit nicht ins höchst anspruchsvolle Gelände in Kombination mit Steigeisen gehen. Der größte Vorteil dieser, ja, doch recht flexiblen Sohlenaufbaus ist natürlich, dass wir ein sehr direktes Gefühl für unseren Untergrund haben. Das kann vorteilhaft sein, immer dann, wenn wir viel auf Reibung unterwegs sind, wenn wir auf großen Platten unterwegs sind und hier uns hocharbeiten müssen. Gerade auf Gratkletterei und so kann das immer wieder mal vorkommen. Ein großer Nachteil ist es natürlich im ganz, ganz kleintrittigen Gelände. Denn hier kann es natürlich sein, dass er uns durch die Biegung einfach relativ schnell mal abrutscht. Man sieht es an seiner Form auch ganz gut. Er ist definitiv schon so aufgebaut, dass man mit ihm gut gehen kann. Ein schönes Alperolverhalten legt er an den Tag. Und damit sei eigentlich alles gesagt. Mittelharte bis harte Gummimischung. Das heißt, der ist definitiv was für etwas längere Phasen. Wir haben hier auch keinen signifikanten schlechten Zwischensohlenaufbau, sondern relativ robustes Material verbaut. Ergo, der ist definitiv für etwas längere Zeiten gebaut. Aber, 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 hier haben wir es mal wieder. Die Klebereste. Liebe Grüße an La Sportiva. Das ist ganz, ganz typisch. Und grundsätzlich kann man sagen, bei der Verarbeitung, naja, da hat man schon eher gespart. Man sieht es hier, wir haben hier keine komplett schlüssigen Übergänge. Wir haben hier leicht lösendes Material. Hier ein bisschen Überschuss vom oberen Geröllschutz und so weiter. Das ist alles. Das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein. Hier wurde geschludert. Auch hier haben wir wieder sehr viele Klebereste. Das ist natürlich nur ein Detail, aber es ist einfach ein Zeichen dafür, dass man hier nicht mehr auf Handqualität setzt, sondern eher schon auf Masse. Und das finde ich immer etwas schade in diesem Sinne. Ja, grundsätzlich ist es ein La Sportiva typisches Problem mittlerweile, aber man könnte ja mal mit Traditionen auch brechen. In diesem Sinne schauen wir weiter nach oben. Schauen wir uns die Schnürung an. Die Schnürung ist insofern etwas Besonderes, weil wir hier eine Zunge haben, die komplett in den Schuh integriert wurde. Man sieht das hier ganz gut. Die Naht der Zunge verläuft direkt am Leder des Schuhs, des Obermaterials. Was bedeutet, hier ist kein Platz für Feuchtigkeit, die sich irgendwo ansammeln kann. Hier ist kein Platz für Schnee, der wo liegen bleibt und dann durch den Schuh durchsickert oder durch die Zunge durchsickert. Hier würde alles, was drauf fällt an Schnee auf einer Hochtour beispielsweise auch einfach wieder abfallen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Durch die Ledervariante ist er natürlich relativ dicht. Er braucht sehr, sehr lange, bis er richtig angesoffen ist. Gore-Tex Membran, klar, die verstärkt er nochmal mit dazu. Logisch. Wir haben hier dicke Stofflaschen, dickes Schlingenmaterial für die Schuhbänder. Klar, Schuhbänder sind natürlich wie der Lastportiva typisch sehr rutschen, aber kann man einfach auswechseln, einmal rausziehen, einmal wieder reinmachen, fertig. Oder man macht eben den klassischen Knopf auf der Schleife. Insofern kein Problem. Deshalb, diese Schuhbänder sind relativ robust hier integriert. Hier haben wir es natürlich wieder mit Metallösen zu tun. Insofern auch hier sehe ich überhaupt kein qualitatives Problem. Aber jetzt kommen wir zu einem, nennen wir es Designentscheidung, nennen wir es designtechnischer Autounfall. Es hat wirklich was von einem Autounfall, denn man will eigentlich wegschauen, man will es ignorieren, aber man kann einfach nicht. Was ist das denn? Da hat man sich gedacht, hey, wir haben hier einen tollen Schuh, der funktioniert gut, schöner Lederaufbau, Design, top, meiner Meinung nach, schaut richtig schnittig und gut aus. Alles ist gut, gute Zwischensohle, gute Sohle und dann machen wir einfach, komm, wir müssen irgendwas, damit sich der Sebastian am Techniktisch einfach wieder aufregen kann, machen wir dann hier so ein Stoffläschchen, machen wir dann hier einfach so ein Schlingenlasche rein für, ja, wofür eigentlich? Also, ich habe keine Erklärung dafür gefunden, auch im Praxistest, das ist jetzt das Paar meiner Partnerin, wir haben keine Anwendung dafür gefunden, außer, dass es furchtbar nervig ist. Denn, schauen wir uns das mal genauer an, wir müssen hier, wenn der Schuh locker drin hängt, hängen diese Schlaufen hier durch, ja, dann muss man hier, damit man den zubinden kann, diese Schlaufen nehmen, hier überkreuz nehmen, weil die verlaufen ja da oben dann durch diese Teile da durch, überkreuz nehmen, damit man sie in den unteren Haken einhängen kann. Hier haben wir dann einen ganz normalen Klemmhaken, so wie man das bei Dasportiva kennt, nichts zum Abdrücken oder so, sondern einfach einen stinknormalen Klemmhaken. Und dann kann man den hier zumachen und, wie man das bei Schuhen kennt, entweder direkt hier, was sinnlos ist, weil wir dann hier relativ viel Platz haben, oder man macht es, wenn man eine engere Schnürung haben möchte, einmal nochmal überkreuz, hier reinhängen und dann zumachen. Das? Hä? Was ist das? Was soll das machen? Also, ich kann mir erklären, ich kann mir ungefähr erklären, wozu das, was. Also, ich habe die Vermutung, dass es hier dabei darum geht, dass man hier eine Reibung erzeugt, wenn hier Spannung draufkommt und dadurch rutscht es nicht mehr so leicht zurück. Übrigens, ich habe einen Tipp an Dasportiva, das hättet ihr vorher ausprobieren können, weil das funktioniert nicht. Also, gar nicht. Also, es ist schon ziemlich. Es ist schon ziemlich. Hä? Also, ja. Jedenfalls, das ist einfach nur Blödsinn. Also, ich weiß nicht, wozu das Ding gut sein soll. Man hätte hier einfach noch eine Klemmöse verbauen können. Jetzt könnte man natürlich sagen, man würde Gewicht sparen. Aber wir reden hier von über 1200 Gramm. Da brauchen wir nicht mehr Gewicht sparen. Das ist Durchschnitt. Also, die Metallöse hätte vielleicht auf beiden Seiten insgesamt vielleicht noch 50 Gramm ausgemacht oder 40 Gramm. Das wäre auch schon egal gewesen. Also, naja. Also, ich weiß nicht, wofür das Ding gut sein soll. Es ist einfach, es macht die ganze Schnürung etwas verwirrender. Die Klemmöse funktioniert doch super. Also, diese Metallabklemmung, die funktioniert doch genial. Ich weiß nicht, warum man das nicht einfach da oben auch nochmal gemacht hat. Naja. Wie auch immer. Hinten haben wir Las Potiva typisch natürlich wieder die Biegser, den biegsamen Einstieg. Das hat natürlich den Vorteil, dass dadurch, dass er so ein bisschen wieder nach vor fällt, es nicht so leicht ist, dass Schnee von hinten reinkommt in den Schuh. Aber so richtig hundertprozentig funktioniert es nicht. Es ist ja keine Gamasche, logischerweise. Der Einstieg ist relativ groß, wie man sehen kann. Also, ich bringe hier meine Faust rein, ohne dass ich das Material aufbiegen muss. Hat natürlich den Nachteil, hier geht relativ leicht der Schnee wieder rein. Aber der Vorteil ist, die Zunge, obwohl sie komplett angenäht ist von oben bis unten, kann auch relativ gut angepasst werden. Und dann würde hier der Schuh beispielsweise sehr stark komprimiert werden, der Einstieg. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass Schnee reinrutscht, wieder etwas geringer. Aber es ist definitiv unabdingbar, dass man entweder eine Gamasche trägt oder die Hose komplett drüber verschließt und vielleicht dann hier nochmal irgendwie verengen kann. Weil sonst funktioniert das System definitiv nicht als dichtes System. Anwendungsgebiet, ganz, ganz spannende Sache jetzt. Denn wir haben hier einen robusten Schuh. Also er ist robust, er ist langlebig, er ist gut aufgebaut, auch was das Obermaterial betrifft. Und er ist vor allen Dingen mit der harten Kante hinten und mit dem korrekten Sohlenaufbau für einen Kategorie C-Schuh definitiv auch Hochstuhen geeignet. Jetzt ist aber die Frage mit dem doch recht leichten Gewicht. Naja, was machen wir eigentlich mit dem? Er ist jetzt nicht perfekt isoliert. Er ist nicht sehr hoch. Also wenn man den mit einem anderen Schuh vergleichen würde, Tranko Tower wäre ungefähr hier. Klar, die Kategorie D-Schuhe wie der Cube, die wären dann ungefähr hier. Also wir haben hier schon noch ordentlich Spielen nach oben, er ist nicht sehr hoch. Was machen wir jetzt mit ihm eigentlich? Wofür kaufe ich mir den? Also prinzipiell hat der immer da seine Freude, wo es entweder sehr hart zur Sache geht, also wo man viel Felskontakt hat, vielleicht auch anspruchsvollere Felskletterrei, Rittergrad, irgendwie sowas in die Richtung. Und immer wenn man auch ein bisschen Eiskontakt hat, vielleicht auch mit Altschnee im Frühjahr, wenn es noch ein bisschen kühler ist und auf jeder Hochtour die, ich sag jetzt mal bis PD Plus irgendwo in sich in dem Rahmen einordnet, wo es jetzt nicht großartige Mixed-Kletterei oder sowas gibt, wo man mit den Steigeisen nicht 100% Halt auf minimalsten Tritten braucht, da ist er dann einfach falsch. Da braucht man mehr Steifigkeit in der Sohle und da braucht man dann einfach entweder Kategorie D-Schuhe oder die steifen Kategorie C-Schuhe, damit die Steigeisen eben gar nicht verrutschen können. Das ist natürlich ein Luxus, den man sich mit diesem leichten Gewicht und dem kleinen Format eigentlich erkauft, der eben dann den Nachteil birgt, dass man ihn nicht überall einsetzen kann. Aber dadurch, dass er so super weich ist und trotzdem so robust, würde ich sogar sagen, dass man ihn für kombinierte Weitwanderungen im Sinne von, okay, ich gehe jetzt an eine Weitwanderung, ich bin 5-6 Tage unterwegs und hin und wieder komme ich vielleicht über einen Gletscher oder ich bin sehr hoch oben, habe sehr viele Altschneefelder etc. Da kann ich den super verwenden, weil ich kann die 4 Tage, die gehe ich mit dem auch noch. Natürlich nicht so bequem wie mit einem Trailrunning-Schuh oder einem leichten Zustiegsschuh, aber wenn man nur ein paar Schuhe haben möchte für möglichst breite Anwendungszwecke, würde ich sagen, moh, top, ganz gut. Er befindet sich also im Allrounder-Mittelfeld. Er ist weder super leicht und super flexibel, er ist auf der anderen Seite, aber auch nicht richtig geeignet für extreme Hochtouren, für sehr komplexe Abenteuer. Er befindet sich irgendwo so in der gemütlichen Mitte, er will irgendwie alles sein und das macht ihn natürlich an den Grenzbereichen bei ultra light und ultra robust und ultra speziell natürlich irgendwo, naja, ja, kann er beides irgendwie nicht. Also er ist schon, er bringt schon einen spezielleren Anwendungszweck mit, aber dieser spezielle Anwendungszweck befindet sich eben sehr stark im Mittelfeld. Leichte Hochtouren, anspruchsvolles Tracking, anspruchsvolle Tagestouren, das ist sein Gebiet. Insofern ist er schon etwas spezieller, aber er befindet sich definitiv nicht in den Randgebieten. In diesem Sinne ist definitiv mehr als genug gesagt zum Trango Tech Leather. Das Ganze geht natürlich auch für die Synthetik-Version, die ist genauso hochwertig, was das Obermaterial betrifft und genauso beschissen verarbeitet, was Kleberreste und Kur betrifft. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch jetzt mit diesem kleinen Ausflug an den Techniktisch weiterhelfen und schalte jetzt zurück zu Sebastian. Ihr seht, der Trango Tech, egal ob Leder oder Plastik, ist definitiv kein Schuh für alle Fälle, sondern eher schon ein Spezialist mit ambitionierten Allrounder-Ansprüchen, die er nur teilweise erfüllen kann. Was er aber definitiv erfüllen kann, ist ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn für den Trango Tech in der Leather-Variante gilt es nur, 259 Euro zu bezahlen und das ist für einen brauchbaren Kategorie-C-Schuh, der sich in der Langlebigkeit wohl beweisen können wird, gar nicht mal so viel Geld, wie man meinen mag. Der Trango Tech ist damit ein leichter, wenngleich damit auch nicht perfekt konzipierter Kategorie-C-Schuh für einen durchschnittlichen Preis und einen soliden Aufbau. Wer ihn sich holen möchte, findet in der Videobeschreibung einen Affiliate-Link zu Amazon, wenn ihr mich unterstützen wollt. Hier gibt es ihn auch schon für 230 Euro. Abgesehen davon freut es mich natürlich, wenn ihr das Projekt Alpenberg Academy auch anderweitig unterstützt, egal ob durch einen Kaffee, ein Abo, einen Daumen hoch oder das Teilen des Videos mit euren bergbegeisterten Freunden. In diesem Sinne wünsche ich wieder mal eine wunderschöne Zeit. Genießt das Wochenende und wir sehen uns wieder. Berghall!